Bravo 07, wir markieren unsere Position mit dem IR-Laser. Over. Verstanden, 07. Wie finden wir Hassan? Er wird eine bewaffnete Wache haben. Kartellschutz. Es gibt viele Verstecke. Graves bietet luftnahe Unterstützung. Wir sichern die Gebäude. Verstanden. Markierung setzen. Shadow 1, wir sind östlich der Anlage. Position ist markiert. Warten ab. Bestätigt. TV, Verbündete sind mit IR-Laser markiert. Sichtkontakt bestätigen. Willkommen zurück zu Monoboffer 2 Storymission. Ja, na klar doch. Shadow 1, Achtung. Hassan ist mit einer bewaffneten Wache unterwegs. Ihr deckt außen. Wir sichern die Gebäude. Verstanden? 07, verstanden. Bewaffnete Wache. Wir sichern das Gebiet, damit ihr rein könnt. Bereithalten. Gut, ich muss hier sehr gut aufpassen. Die Wii kennen das Spiel mit einer bewaffneten Wache. Finden wir diesen Mistkerl. Ja. Nicht schießen. Shadow 1, ein Truck, verlässt die Stelle und fährt nach Westen. Bestätigt. Zwei Unbekannte, südlich der Stelle. TV, verfolgt das Fahrzeug. Bestätigt. Verfolge ihn. Der Truck bewegt sich jetzt in südwestlicher Richtung auf dem Feldweg. Vor ihnen sind Unbekannte. Sieht nach noch mehr Bauern aus. Warte. Sieht ihr irgendwelche Waffen? Negativ. Keine Waffen, keine Wachen. Verstanden. Scand weiter. Der Truck hat gerade auf dem Weg angehalten. Also ich muss hier genau aufpassen, was sie sagen, sonst, äh, ja, ist schlecht. Weil ich darf jetzt hier nicht einfach schießen. Das Gewächtaus hat Priorität. Zurück zum Gebäude. Okay. 07, keine Sicht auf das Ziel. Wie lautet der Befehl? Der Armik-Komboi holt auf. Wir gehen rein. Wenn er flieht, nehmt ihn ins Visier. Graves, grünes Licht für den Außenangriff. Wir sichern dann die Gebäude. 07, verstanden. Haltet eure Köpfe unten. Alle Shadows, Freigabe für Angriff auf bewaffnete Einheiten. Nicht auf die Gebäude feuern. Verstanden. Nur bewaffnete Einheiten. Und auf geht's. So, jetzt sind, jetzt gehen erstmal die Zivilisten hier weg. Das ist gut. So. Nein, nicht auf Zivilisten schießen. Oh, das war knapp. Ähm, ich muss kurz gucken, wo ist noch ein Schießer? Da. Gute Angriffe. Da vorne auch noch. Nachladen. Schneller. Ähm. Nein, ich sehe ihn nicht mehr. Aber ich finde geil, dass es so eine Mission kommt. So, wo du die Leute bombardieren kannst. Mit Raketen und Explosionen und Atombomben. So was macht Spaß. In echt natürlich nicht. Haben wir noch weitere Einheiten in der Gegend? Keine Aktivität. 07, alle Sichtbaren-Ziele ausgeschaltet. Over. Shadow 1. Alles sicher. Wir sichern zuerst die Stelle. Markieren jetzt. Ziel erfasst. 07, Markierung bestätigt. Grünes Licht, weiter. Shadow 1. Wir bewegen uns jetzt. Wenn das Ziel abhaut, Ich kann auch verschiedene Modis hier wählen. Shadow 1 bestätigt. So. Okay. Ich nehme mal 40 Millimeter. Gut, die gehen jetzt rein. Und wir müssen jetzt aufpassen, wer hier rausgeht. Vorstoß. Machen Sie, machen Sie. Ist das für die Studie der Salma? Ich muss der Bruder. Auf Flüchtiger. Da unten sind eine Frau und ein Kind. Nicht schießen. Und die Karte kommen. Nein. Oh, fuck. Ich wollte... Ja, okay. Soap hat... Sicher, die rechte Seite. Okay. Ich wusste jetzt nicht, dass Soap schon da reinschießt. Tut mir leid. Deswegen wollte ich schon eingreifen. Aber das war nicht so gut. Vorstoß. Deswegen lassen wir die Männer mal machen. Machen Sie, machen Sie. Ist das für die Studie der Salma? Ich muss der Bruder. Auf Flüchtiger achten. Da unten sind eine Frau und ein Kind. Nicht schießen. Unbekannte kommen gerade aus dem Stellen. Gerne nach Hause. Lande. Nicht kontakt mit der Einheit. Da. Da war Flüße. Steuer von Zivilisten. Nein. Wieso ist da noch ein Zivilist, Alter? Mann. Wir sind eine Frau und ein Kind. Nicht schießen. Unbekannte kommen gerade aus dem Stellen. Gerne nach Haftan. Oh, meine Güte. Gut. Warten wir mal, bis die Scheiß-Zivilisten weg sind. Oh, jetzt ist es schon eher fast getroffen. Mehrere Fahrzeuge nähern sich von Süden. Freilich-Truppen bewegen sich auf die Stelle zu. Ghost verstanden. Ihr müsst auf dem Gebäude laufen. Geht's nach Norden. Roger, unterwegs. Braves, wir sind raus. Oh, 40 Millimeter. Jetzt. 07 verstanden. Nahfeuer. Binge. Mit ATM. Oh, ho, ho, ho. Das hat sich gut angefühlt. Ei, ei, ei. Weitere Truppen im Gewächshaus. An alle Einheiten. Bewaffnete im Gewächshaus. Kontakt. Nicht schießen. Hassan könnte drin sein. TV, hast du Sichtkontakt ins Gebäude? Bestätigt. Sekunde. Greif an. 2, 5. Nicht auf die Gebäude feuern. Kein Sichtkontakt zum Ziel. Anscheinend nur bewaffnete Einheiten. Ghost, halt deine Leute zurück. Greifen das Gewächshaus an. Verstanden. Jetzt. 3, 2, 1. Boom. Hahaha. Jawohl. Ihr klaut Raketen. Ihr bekommt Raketen zurück. 4, Roger 07. Kann man das hier wegschießen? Wir sind da. Oh, tatsächlich. Oh, scheiße. Wo steckt der Wechser? Er muss in der Anlage sein. Shadow 1, wann trifft dieser Konvoi ein? 07, Konvoi ist 6 Kilometer entfernt. Beallt euch und sichert Exfiltration. Ich kontaktiere Rosolfo. Macht das. Graves bereiten Exfiltration vor. Achtung, die Anlage ist unser letztes Ziel. Bestätigen. Bewegung in der Anlage. 07, bestätigt. Position halten, bis wir das Gebiet gesichert haben. Roger. Shadow 1, Truppenkontakt. Raketenwerfer. Feindliche Truppen. Was? Nein. Shadow 1, Ziele sind beim Wasser drauf. Ja, ich schalte sie aus. Gleich nochmal. Boom, kommt schon. Wo sind denn noch welche? Da, einer. Na, den einen könnt ihr doch ausschalten. Na gut. Müssen wir halt mithelfen. Alles sicher. Auf Aktivität achten. Gesichert. Los, da regt sich nichts mehr. Wie ist dein Status? Wem geht's gut? Die Kugel steckt im Panzer. Bestätigt. Gut, dass du besser schielst als die. Verstanden, 07. Achtung, bis zur Anlage ist der Weg frei, aber das Tor ist versperrt. Verstanden. Verschafft uns Zugang, ja? Wir machen euch die Tür auf. Sekunde. Und boom. Und boom. Willkommen in die Anlage. Ghost, Tür ist offen. Ihr könnt weiter. Verstanden. Rücken vor. Feindliche Einheit. Und wir räumen mal auf. Wir haben unseren Leuten Feuerschutz getroffen. Aufgeräumt. Obwohl, da ist nur einer. Und boom. Guter Einschlag. Ghost, keine Bewegung registriert. Verstanden. Wir rücken jetzt zum Eingang vor. Roger, wir sehen euch. Achtung, Konvoi ist drei Kilometer entfernt. Beeilt euch. Bestätigt. Alejandro, was ist mit der Exfiltration? Noch fünf Minuten. Das wird knapp. Also dann tun wir's. Brechen durch. Gut. Die Jungs gehen dort jetzt rein. Ah, dann geht's rüber. Shadow 1. Hassan ist identifiziert. Das sind Flüchtlinge. Grave, er verlässt den ersten Stock im Nordwesten. Ja, wir sehen. Zielperson möglicherweise identifiziert. Mehr feindliche Truppen auf dem Hof. Ja, das ist Tassan. Alle ausschalten. Nicht die Gebäude angreifen. Er ist reingelaufen. Zielperson ist jetzt drin. Südwestliches Gebäude. Erster Stock. Unsere Leute machen das. Deckung geben. Sichtkontakt zu Hassan. Shadow 1. Wir haben die Zahlen identifiziert. Wunder, wunder, sofort. Sind dann im Tann. Der ist nicht geversammt. 07 verstanden. Gebt euch Deckung. Du kommst mit uns. Guter Stock. Shadow 1, Bravo 07, Jackpot. Ich wiederhole, Jackpot. Zielperson in Gewahrsam. Jawohl, wir haben ihn. Verstanden. Wie steht es um die Evakuierung? Jedes Wiktor 1, 1. Evakuierung ist zwei Minuten. Gut, zwei Minuten. Shadow, der Militärkonvoi nähert sich dem Einsatzgebiet. Roger, an alle Einheiten. Achtung, Konvoi nähert sich dem Zielgebiet. Bestätigt, Shadow 1. Gut beobachtet. Alejandro, wie geht es weiter? Die gehören zum Kartell. Ihr habt Angriffsfreigabe. Shadow, bitte komm. Oh, da kommen welche. An alle Shadows. Mexikanische Armee. Komm, schießen wir gleich richtig harte Raketen ein. Feuerfreigabe auf den Konvoi. Oh, da sind sehr viele. Der Typ hat's erwischt. Fingern, da vorne auch nochmal. Rakete kommt. Eine richtig fette Rakete rein. Oh, ich mag es. Wie man hier alles beschießen kann. In dem Gebiet rührt sich nichts. Gut, wir haben alle ausgeschaltet. Keine Ziele mehr zu sehen. Ihr könnt fortfahren. Shadow 1, verstanden. Echtfiltration ist auf dem Weg. Ja, da kommt er. Na los, na los! Ich bin Major der Kurzeinheit. Ihr habt kein Recht. Halt die Schnauze! Doch, wir werden die bezahlen. Geh mal zur Rissenzeit, Karnal. Hätte deinen Arsch nicht zurückgelassen. Weck das, hier ist mit Olmeda. Wir könnten auf Widerstand stoßen. Wir haben Luftunterstützung. Wir schaffen es. Das war's. Los. Shadow 1, Paket gesichert. Es geht zurück zur Basis. Köder auswerfen und an Land ziehen. So will ich das haben, Shadows. Oh, ich liebe diesen Scheiß. Und Funkverbindung zum General. Chad. Graves, ich höre. Gute Neuigkeiten. Und Orb. Wir bringen ihn in diesem Moment in die Basis. Beeilung. Wir können ihn nicht lange festhalten. Roger. Mehr in unserer Stadt im Norden. Warten ab. Achtung, Verbündete haben auf der Straße gehalten. Alle Einheiten, was dauert denn da so lange? Zero 1, Aktivität an der Tankstelle voraus. Könnte Kartell sein. Markieren jetzt. Okay, wir erkunden das Gebiet. Bereithalten. TV, wir brauchen Sicht auf die Tankstelle. Pronto. Gut. Na, ja, ist eine Standard-Tankstelle. Also, da fällt mir nichts auf. Overlay-ID auf Tankstelle platzieren. O-ID platziert. Mehrere Unbekannte im Gebiet. Scan nach Waffen. Sieh, ob das Kartell Ärger will. Hm, nee. Sieht alles okay aus. Keine Waffen gesichtet. Mehrere Unbekannte südlich der Tankstelle. Ist auch alles sicher. Sieht aus wie ein Markt. Okay, Overlay-ID platziert. Haben wir Feindaktivitäten? Negativ. Scheint alles sicher zu sein. Packen wir die Sache an. Alle Einheiten. Keine sichtbaren Gefahren im Gebiet. Vorrücken. Wir können weiterfahren. Rolfo, los geht's. Aber wenn ich das Spiel jetzt kenne, wird irgendwas passieren. Gib ihnen Deckung. Bestimmt passiert irgendwas jetzt auf der Straße. Das kann nicht reibungslos passieren. Was zum Inka treibt er da? Shadow 1, wir haben hier ein Problem. Geh aus dem Weg. Oh nein. Rovelo, Rovelo, fahr herum. Fahrzeug, siehnen. Nach rechts. Oh fuck. Ich wusste es doch. Sie liegen bei der Kreuzung. Schießt mir sie ab. Frau, Frau, Sie wollen uns nicht schießen. Nicht schießen. Ich schieße nicht auf euch. Der verdammte Hinterhalt. Die Weh an den Abzug schützt unsere Leute. Okay. Die Verründete scheinen sich zu bewegen. Deckung. Deckung. Alle Einheiten nach Feuer. Erstattet Stattung. Wo hab ich die denn jetzt schon wieder als Zivilisten getötet? Meine Güte. Raus. Raus. Nicht schießen. Nicht schießen. Bewaffnete an der Kreuzung. Das ist der verdammte Hinterhalt. Das ist der verdammte Hinterhalt. Die Weh an den Abzug schützt unsere Leute. Verbündete scheinen sich zu bewegen. Deckung. Deckung. Alle Einheiten nach Feuer. Erstattet Statusbericht, wenn möglich. Komm, dann packst mir die ganze Tankstelle weg. Bam. 07 verstanden. Janowagas, wie lautet der Befehl? 01, wir beziehen Stellung im Gebäude hinter uns. Over. Verstanden. Avantia. Verbündete betreten das Restaurant. Navigation, das Gebäude markieren. Sicher. Aufpassen. Zivilisten verlassen das Einsatzgebiet. Sie suchen das Weite. Besser für Sie. Gut, die sind jetzt alle da oben. Verbündete, die wir hier weiter schließen. Auf Sie. Auf Sie. Ruf, ruf, die Helikopter. Copiado. Hier ist Victor 3-1. Erbitte sofortige Evakuierung. Aktuelle Position auf dem Dach des Restaurantes. Raketenwerfer. Gut, hab ausgeschaltet. Da oben. Der Raketenwerfer. Ich sehe sie. Ich schalte sie aus. Da vorne auch nochmal. Da kommen welche. Verstanden. Greifen an. Okay. Kirche. TV-Kartellangreifen. Aber er ist auf die Kirchefeuer. Da könnten Zivilisten drin sein. Raketenwerfer gesichtet. Hälfte 3-1 ist fast da. Fünf Minuten. Alleinweißen. Sind da noch welche, die Raketen schießen? Fünf Minuten. Runter. Tatsächlich. Ja, da vorne. Ausgeschaltet. Raketenwerfer erledigt. Fuck, alter. Junge, hier. Die halbe Stadt jagt uns. Komm, schießen wir gleich hier so ein fettes Ding. Wow. Wird doch wieder heftig. Gut. Ein paar Paketen nochmal rein. Chuck, chuck. Bum, bum. Boah, da geht's ja. Beim Friedhof. Ja, ich sehe. Und boom. Ja, easy. Wird da vorne sind auch noch welche. Jetzt kommen sie aber auch alle. Yeah, da auch noch. Wirklich justieren. Zum Schulgebäude. Werde beschossen. Kassel, Tankstelle. Ja, 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 ja. Oh, Mann. Ja, kannst du laut sagen. Oh, Mann. Die armen Leute. Die werden einfach so platt gedrückt. Da vorne schießen auch noch welche. Richtig harte Rakete rein. Guter Einschlag. Feinde. Schulgebäude. Schulgebäude. Das ist tatsächlich eine Schule. Ähm, da vorne schießen wir auch noch welche. Auf Aktivität, Aften. Aktuell keine Aktivität. Bravo 07, Shadow 1. Alle Ziele in Sicht ausgeschaltet. Achtung, Vorräte sind knapp. Munition sparen. Sergeant, Status? Hassan ist sicher. Und er ist immer noch ein Arsch. Und ihr seid so stumpfsinnig wie eure Kräfte. Bravo 7, 1. Erlaubnis Hassan, das Maul zu stopfen erteilt. Alle Shadows, Fahrzeuge nähern sich dem Fußballplatz. Südwesten. Fußballplatz. Fußballschuss. Südwesten. Ich schalte sie aus. Der Fußballplatz. Mercer Team ausgeschaltet. Keine Sorge. Mercer Team ist weg. Es ist tatsächlich die, ähm, letzten Modern Warfare. Da muss man ja auch sowas machen. Aber nur in der Sniper-Mission. Äh, wo ist denn unsere Truppe? Hier. Feindliche Personen im Südwesten. Angrifffreigabe auf alle. Warte. Riesige Rakete rein. Boah, da kommen jetzt viele Leute. Machen wir hier gleich 50 Raketen rein. Luftabwehr gerichtet. Öffentlich vom Fußballplatz. Oh, scheiße. Soldaten bewegen sich jetzt nach Nordosten. Hab ihre Luftabwehr getroffen. Luftabwehr. What? Alejandro, wo ist die Evakuierung? Wir sind fast leer geschossen hier. Noch eine Minute. Militärfahrzeuge überqueren den Fußballplatz. Hubschrauber nähert sich aus Südwesten. Verstanden. Hast du ein Hubschrauber? Wir checken alles, was sie haben. Wir setzen der Korruption an nur einem Nachmittag an Ende. Noch drei Magazine. Ich hab noch zwei. Was ist geschossen? Haltet eure Messer bereit. Meine Güte, macht doch bitte dieses verdammte Fahrzeug weg. Na gut. Ich muss gucken, wo die herkommt. Wo kamen die her? Nein, ich hab das jetzt nicht gesehen. Gut, und platzen mir jetzt die ganze Schule weg. Wo kommt die Rakete her? Da. Gut. Raketenmerfertypen weggeschossen. Keine Sorge. Weggeprallert. Oder soll ich erst sagen, wegraketet? Gut, der wäre super schlecht. Werde betroffen. An alle Einheiten hier, Hatchet 3-1. Wir nähern uns von Südwesten. Noch 30 Sekunden. Hatchet 3-1, hier Shadow 1. Bestätigt. Verbündete auf dem Dach des Restaurantgebäudes. Die Landeszone wird heiß. Wir bleiben auf Position und geben Deckung, okay? Verstanden. Wir sind unterwegs. 3-1 Ende. Gut. Der Heli kommt gleich. Aber wir müssen sie alle sichern. Okay. Wo kommen noch Feinde? Was? Da vorne. Komm schon, diese fette Rakete rein. Jawohl. Graves, unser Ausgang wird von einem Panzerwagen blockiert. Erbitten Luftunterstützung. Die Wehe, die Fahrzeuge angreifen. Dann werden diese Penner kapieren, dass Hassan mit Unklopft. Achtung im Norden! Panzerfahrzeuge überqueren die Brücke. Wir wurden erfasst. Mehr Panzerfahrzeuge über die Brücke. Nordseite. Was ist doch die Brücke? Was? Oh, fuck. Da kam noch eine Rakete. Ja, die hätte ich vielleicht noch ausschalten sollen. Okay. Okay, lassen wir sie erst mal fahren bis zur Brücke. Warte, da vorne. 3, 2, 1. Jetzt. 3, 1 verstanden. Landezone westlich des Gebäudes. Verbündete nähern sich eurer Position. 3, 1 hat verstanden. Bravo 07, Evakuierung ist da. Westausgang des Gebäudes. Sie warten auf euch. Shadow 1, verstanden. Wir sind unterwegs. Go, stop, Brudi. Wir verschwinden. Los. Jawohl. Bin unterwegs. Erfolgreicher Auftrag. Sei Dank. Verstanden. Bravo 07, Landezone gesichert. Vortragen. Verstanden. Sind unterwegs. Alle rein. Leute, ich mach nochmal eine Rakete hier mitten in der Stadt rein. Boah. Los, jetzt weg mit euch. Das bricht sich schnell in der Salimas rum. 3, 1. Sie bereit. Shadow 1, Hedge 3, 1. Einheiten und Fracht sind gesichert. Gehen zur Basis zurück. Und mal wieder ein guter Auftrag abgeschlossen. Auf den Knie. Und, klarer Empfang? Kristall klar. Alles klar. Okay. Wir sind live, Freunde. Sprichst du Arabisch? Nein. Farsi? Nein. Typisch. Dann spreche ich euer Bastard-Mittelalter-Englisch. Denn ihr seid alle ungebildete Hunde. Also, wir legen hier einen miesen Start hin, Hassan. Du redest mit einem Kurzoffizier. Du kommandierst eine fremde Terrororganisation. Das gleiche gilt für dich. Was ist euer Ziel, Offizier? Was war das Ziel beim Beschuss auf mein Land? Na, vermutlich dein kleiner Arsch. Verlogen und unverschämt. Du wirst mich noch respektieren, wenn deine Nation brennt. Du spielst mit einem Kartell, Hassan. Und wenn du verschwindest, niemand wüsste, wo deine beschissenen Überreste sind. Ich wette, ihr würdet mich nur zu gerne foltern. Woher stammen die amerikanischen Marschflugkörper? Mir ist egal, woher sie stammen. Ich will wissen, wohin sie gehen. Sieh dich um, Hassan. Entweder gibt es eine Raubtierfütterung oder du redest. Ich bin eine Geisel. Das ist illegal. Du bist ein Kriegsgefangener. Iran ist nicht im Krieg mit Mexiko. Ich breche keine Gesetze. Dieser Mann und seine Leute sind die Gesetzesbrecher. Du und dein geliebter General Gorbrani habt jedes... Sprich deinen Namen nicht aus! Ihr habt ihn ermordet und werdet dafür büßen. Allahu akhdule khadil ala Musa Atta. Ich will den Bastard entweder hinter Gittern sehen oder ganz, ganz tief unter der Erde. General. Hassan zu töten ist ein Kriegsverbrechen. Ihn festzuhalten illegal. Wir müssen ihn vorerst gehen lassen. Sagen Sie mir, Sie haben etwas Greifbares, Laswell. Ich arbeite daran. Moment. General. Lassen Sie mich das beenden. Mir wäre nichts lieber, aber... Laswell hat recht. Ohne Beweise müssen wir ihn gehen lassen und beschatten. Wir haben ihn. Das ist nicht Ihr Ernst. Leider doch, Junge. War was auf seinem Telefon? Positiv. Ich habe was. Gut. Jetzt bringen Sie ihn zurück und lassen Sie ihn gehen. Enos, geh mir!